Lucius Annius Seneca war nicht nur einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit gewesen, sondern für ein paar Jahre gehörte er auch zu den wichtigsten politischen Beratern von Kaiser Nero. Grund genug also, mal genauer auf die Biografie des jüngeren Senecas zu blicken, und das wollen wir in diesem Video einmal tun, und da will ich zunächst einmal auf ein biografisches Problem zu sprechen kommen, denn bis zum Jahr 49 n. Chr. wissen wir nicht immer, wann genau, was genau im Leben von Seneca passiert ist, wir wissen noch nicht einmal genau, wann Seneca geboren worden ist, das werde ich gleich noch sagen, und warum wir da dieses biografische Problem haben, liegt daran, dass wir zum einen von Seneca selbst in seinen Werken nur sehr selten Infos zu seinem Leben erhalten, das heißt, wir können die Biografie von Seneca nicht aus seinen Werken rekonstruieren, und wir haben auch keine Biografie über Seneca vorliegen, die zu Lebzeiten von Seneca oder unmittelbar nach dem Leben von Seneca angefertigt worden ist, also es gab keinen Biografen, der sich also die Mühe gemacht hatte, eine Lebensbeschreibung von Seneca anzufertigen, und deswegen ermangelt es uns vor allen Dingen also bis zum Jahr 49 n. Chr. an sehr klaren Informationen, wann was genau passiert ist im Leben von Seneca. Danach ändert sich die Situation, denn danach taucht Seneca in den Analys von Cornelius Tacitus auf, und das ist ja dann auch die Zeit, in der Seneca eine hohe Stellung am Kaiserhof inne hatte, und da ist dann die Überlieferungslage besser, beziehungsweise da wissen wir dann schon viel besser, was wann genau passiert ist. Das werdet ihr dann im Laufe dieses Videos auch erkennen, Ab dem Jahr 49 v. Chr. kann man also viel genauere Angaben machen, wann was denn eigentlich im Leben von Seneca passiert ist. Soviel mal dazu. Geboren worden ist Seneca ganz sicher in Cordoba. Wann genau das der Fall war, ist allerdings nicht ganz klar. Es wird in der Regel auf das Jahr 1 n. Chr. geschlossen, zumindest deuten die Indizien darauf hin, aber es ist eben keine Angabe, die wir irgendwo ganz sicher hernehmen können. Das heißt, rekonstruiert wird das Jahr 1 n. Chr. als das Jahr der Geburt, und Cordoba, das ist das heutige Cordoba in Südspanien. Von dort stammt Seneca. Der Vater von Lucius Anaius Seneca ist der ältere Seneca, also Seneca Major, der ca. 55 v. Chr. geboren worden ist und sich einen Namen als Schriftsteller gemacht hat. Und zwar verpasste er z.B. die Werke Controversiae und Suasoriae, die ihn berühmt gemacht haben. Er war daneben allerdings wohl auch als Anwalt und Vermögensverwalter tätig, und er ist der erste aus der Familie der Anai, der in gewisser Weise zur Berühmtheit gelangt ist. Zumindest ist er der erste aus der Familie, der in der Überlieferung auftaucht. Die Mutter von Lucius Anaius Seneca ist derweil Helvia, und die beiden, also Seneca Major und Helvia, haben drei Kinder, sodass also Lucius Anaius Seneca noch einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder hat, und die haben sich auch durchaus einen Namen gemacht. Der ältere Bruder heißt Marcus Anaius Novatus. Er wurde später durch den Rhetor Junius Gallio adoptiert und war 51 oder 52 n. Chr. pro Konsul gewesen in der Achaia. Also er hatte doch ein relativ hohes politisches Amt erhalten. Der jüngere Bruder ist Marcus Anaius Mela, und der hat sich einen Namen dadurch gemacht, dass er der Vater des Dichters Lucans war. Und Lucas Anaius Seneca ist dann, wie man modern sagen würde, das Sandwich-Kind, und er sollte dann in gewisser Weise aber die bedeutendste politische und auch schriftstellerische Karriere von den dreien haben. Seneca selbst kommt als noch kleines Kind nach Rom, also er verlässt die spanische Heimat und geht nach Rom und vermutlich kehrte er auch nie wieder in die spanische Heimat zurück. Und in Rom erhält er die dort übliche Ausbildung, denn wenn man etwas werden wollte im Bereich der Politik, aber auch im Bereich der Schriftstellerei, dann war es doch üblich, nach Rom zu gehen, denn dort gab es nach wie vor mit die beste Ausbildung im römischen Imperium. Also Rom und Griechenland waren eben die typischen Städten, um sich in der Rhetorik ausbilden zu lassen. Also Seneca geht nach Rom als kleines Kind und erhält dort die rhetorische Ausbildung und im Verlauf dieser Ausbildung kommt er auch sehr stark in Kontakt mit der historischen Lehre, deren Vertreter er dann auch in der Folgezeit war. Danach beginnt er eine Tätigkeit als Anwalt und ihr seht aufgrund der Angaben darauf oder danach, wie es hier auf dieser Folie ist, dass wir eben, wie ich schon eingangs gesagt habe, aber nicht wirklich wissen, wann genau war das der Fall. Also nach der rhetorischen Ausbildung, wohl als junger, erwachsener Mann, beginnt er eine Tätigkeit als Anwalt. Allerdings ist Seneca gesundheitlich angeschlagen, er leidet unter schweren Asthma-Anfällen und auch unter einer chronischen Bronchitis. Und so muss er letztendlich die Arbeit als Anwalt aufgeben und geht dann erst einmal für eine gewisse Zeit nach Alexandria, nach Ägypten, um sich gesundheitlich zu erholen. Das war circa 30 nach Christus der Fall. Wie gesagt, auch hier ist das Jahr mit Vorsicht zu genießen. Was man auch finden kann, ist die Angabe, dass Seneca aufgrund seiner Erkrankungen schon im Jahr 30 nach Christus an einen Selbstmord gedacht hat. Ob das nun stimmt oder nicht, ich muss zugeben, ich habe es in der Literatur von Manfred Fuhrmann nicht gelesen. Insofern ist auch dahinter ein Fragezeichen zu setzen. Aber wo ich schon mal von Fuhrmann spreche, wer sich zu Seneca informieren möchte oder sich zu anderen Schriftstellern der römischen Antike informieren möchte, der ist mit diesem Werk nicht schlecht beraten. Das heißt, Geschichte der römischen Literatur stammt von Manfred Fuhrmann und ist ein guter Einstieg, um über die wichtigen bzw. wichtigsten römischen Autoren einiges zu erfahren. Also als Einstiegswerk ist das auf jeden Fall eine gute Sache und wer also mal ein paar Informationen zu dem einen oder anderen Schriftsteller sucht, der kann da gerne einmal hereinschauen. Kehren wir jetzt mal zurück zum Lebenslauf von Seneca nach seinem Aufenthalt in Alexandria, wo er sich auch tatsächlich gesundheitlich erholt hatte. So scheint es zumindest. Kehrt er nach Rom zurück und sein erstes bedeutenderes politisches Amt ist dann die Questur, die er bekleidet hat. Wann genau das der Fall ist, ist allerdings unklar. Er wird dann allerdings zugleich auch Mitglied des Senates und aus dieser Zeit soll seine erste überlieferte philosophische Schrift stammen, nämlich die sogenannte Consulatio ad Markiam, also die Trostschrift für Markia. Soviel mal zu diesem Punkt. Und angemerkt sei, dass natürlich der Lateiner, der Römer, zu Lebzeiten von Seneca nicht Querstor gesagt hätte zum Amt von Seneca, sondern Quastor. Als nächstes steht hier jetzt das Jahr 41 n. Chr. auf der Folie und hier können wir auch tatsächlich mal ein ganz genaues Jahr angeben für etwas aus dem Leben von Seneca. Denn im Jahre 41 n. Chr. wird Seneca nach Korsika verbannt. Zunächst einmal, was passiert eigentlich insgesamt im Jahr 41 vor Christus? Denn das ist nicht unwichtig, was diese Verbannung nach Korsika betrifft. Es ist nämlich so, dass Claudius der Nachfolger im Amt des Kaisers wird von Caligula. Also die Thronbesteigung von Claudius fand im Jahre 41 n. Chr. statt. Und just in diesem Jahr findet dann also unter Kaiser Claudius die Verbannung nach Korsika statt. Was ist passiert? Der offizielle Grund für Senecas Verbannung ist die Angabe, dass Seneca eine Liebesbeziehung mit Julia Livilla gehabt haben solle und Julia Livilla ist eine Nichte des Kaisers. Allerdings ist das Ganze eine, wie man sagen könnte, Intrige, eine höfische Intrige, denn die dritte Ehefrau von Kaiser Claudius, die mit Namen Messalina heißt, die sieht in dieser Nichte von Kaiser Claudius, also in Julia Livilla, eine Rivalin und deswegen versucht die Kaiserin jetzt mit allen Mitteln Julia Livilla politisch kaltzustellen, also irgendwie aus der Gunst des Herrschers fallen zu lassen und deswegen bringt sie jetzt diese höfische Intrige vor. Julia Livilla war verheiratet gewesen und diese Liebesbeziehung mit Seneca wäre dann also folglich eine Sache des Ehebruches gewesen und das trägt also jetzt Kaiserin Messalina ihrem Garten vor und mit dieser höfischen Intrige hat sie auch Erfolg. Und Seneca bleibt dann letztendlich das Todesurteil allerdings auf Betreiben von Kaiser Claudius erspart. Er wird stattdessen nach Corsica verbannt, also der Senat sieht dann vom Todesurteil durch das Intervenieren von Kaiser Claudius ab. Die nächsten etwa acht Jahre verbringt Seneca dann in der Verbannung auf Corsica und aus dieser Zeit entstammen unter anderem die Werke Consulatio ad Helviam, also eine Trostschrift an die eigene Mutter und die Consulatio ad Polybium. Im Jahre 49 nach Christus allerdings kehrt Seneca zurück nach Rom und wir müssen jetzt erst einmal schauen, wieso kehrt er danach Rom zurück, warum wird er aus der Verbannung zurückberufen. Kaiserin Messalina, die ja die Ehefrau von Kaiser Claudius war, wie ich eben gesagt habe, die geht im Jahre 48 nach Christus eine Liebesbeziehung mit dem designierten Consul Gaius Silius ein und es geht sogar so weit, dass die beiden in Abwesenheit von Kaiser Claudius heiraten. Das fliegt letztendlich auf, also die Liebesbeziehung fliegt auf und beide werden zum Tode verurteilt und damit kehrt dann eine andere Nichte von Kaiser Claudius zurück, die in der Zwischenzeit auch in der Verbannung war, nämlich Agrippina. Agrippina gelingt es, dass sie mit Kaiser Claudius eine Hochzeit durchführen kann, also sie heiratet Kaiser Claudius und wird so die vierte Ehefrau von Kaiser Claudius und ihr gelingt auch noch etwas anderes, nämlich, dass ihr Sohn aus erster Ehe mit dem Namen Nero zum Thronfolge gemacht wird und das passiert wie folgt, Kaiser Claudius adoptiert Nero und Nero ist drei Jahre älter als der Sohn von Kaiser Claudius aus einer anderen Ehe, ich meine aus der Ehe mit Kaiser Messalina und da also Nero drei Jahre älter ist als Britannicus, ist er dann damit der rechtmäßige Thronfolger. Damit hat also Agrippina es geschafft, dass ihr Sohn aus erster Ehe zum Thronfolger gemacht worden ist und sie bestimmt auch, dass Seneca der Erzieher von Nero werden solle und deswegen wird Nero aus der Verbannung zurückberufen. So kommt es also, dass Seneca ab dem Jahr 49 nach Christus wieder in Rom ist und dort ist er eben als Erzieher von Nero tätig. Kurz nach seiner Rückkehr erscheint dann auch ein Werk, beziehungsweise verfasst Seneca ein Werk, nämlich die Präuitate Vitae, über die Kürze des Lebens. Das ist also eine Schrift, die unmittelbar nach dieser Verbannung, nach dem Ende der Verbannung verfasst worden ist. Im Jahre 50 nach Christus bekleidet dann Seneca die Praetur, er ist also Praetor oder wie der Lateiner, also der Römer aus dieser Zeit sagen würde, Praetor. Und in dieser Zeit beginnt Seneca wohl mit dem Schreiben von Tragödien. Er hat ja einige Tragödien geschrieben, die auch teilweise eben heute noch erhalten sind und er orientiert sich dabei vor allen Dingen an griechischen Werken bei seinen Tragödien also. Im Jahre 54 stirbt dann Kaiser Claudius und hier zitiere ich mal was aus der Geschichte der römischen Literatur von Fuhrmann und zwar auf Seite 387. Da heißt es nämlich, die von Skrupel nicht behinderte, eminent herrschsüchtige Kaiserin, gemeint ist also Akrippina, wusste ihrem Sprössling, das heißt Nero, auf Kosten des Claudius, Sohnes Britannicus, den Weg zur Thronfolge zu ebnen und als sie dies erreicht hatte, brachte sie ihrem Gatten kurzerhand um. Und zwar soll Akrippina nämlich Kaiser Claudius vergiftet haben. Durch den Tod von Kaiser Claudius hatte Akrippina eine noch größere, stärkere Position im römischen Imperium erhalten, denn Nero war ihr Sohn, auf den sie einen größeren Einfluss hatte als auf Kaiser Claudius und Nero selbst war auch erst 16 Jahre alt. Das heißt, Akrippina hatte jetzt noch viel mehr Einfluss auf die politischen Entscheidungen, auf die Politik im Imperium. In den Jahren 54 bis 59 n. Chr. ist es so, dass Nero zwei Berater an die Seite bekommt und zwar sind das einmal der Garde-Prefekt Sextus Afranius Burrus und eben Lucius Anaius Seneca. Beide werden zu den wichtigsten politischen Ratgebern von Kaiser Nero und Seneca wird 55 n. Chr. auch Konsul. Mit dieser Rolle also wird Seneca zu einem der bedeutendsten Politiker im römischen Imperium zu dieser Zeit. Er gehört also zu einem der beiden wichtigsten politischen Ratgebern von Kaiser Nero und eigentlich eine viel höhere Stellung kann er so gar nicht mehr erreichen ohne weiteres. Und insofern also hat Seneca die Spitze der politischen Macht und des politischen Einflusses erreicht, beziehungsweise er hat seine höchste politische Rolle damit erreicht. Seneca wird in diesen Jahren, also zwischen 54 und 59, auch zu einem der reichsten Männer im römischen Kaiserreich und das liegt daran, dass Nero ihm sehr viele Zuwendungen zukommen lässt. Und in dieser Zeit entstehen dann auch diverse Werke, zum Beispiel auch De Vita Beata, die eine Verteidigungsschrift ist gegen die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, weil er dieses ganze Geld auch annimmt und diese ganzen Zuwendungen von Nero auch annimmt. Aus dieser Zeit stammen aber noch andere Schriften, zum Beispiel der Ludus de Morte Claudii Neronis, eine Darstellung über die Totenfeier zu Kaiser Claudius. Und dann gibt es auch noch eine Spottschrift über Kaiser Claudius, die er verfasst hat, nämlich die sogenannte Apocollo Kyntosis, die im Deutschen gerne mit dem Begriff Verkürbissung wiedergegeben wird. Es ist eine Spottschrift, die Seneca später dann bereute, dass er sie verfasst hat. Und dann gibt es noch das Werk Ad Neronem Caesarem De Clementia, das ist eine Schrift, die Ratschläge an Nero enthält. Und vor allen Dingen, wie der Titel De Clementia sagt, geht es darum, dass der Ratschlag von Seneca an Nero im Wesentlichen jener ist, milde zu herrschen und zu regieren. Im Jahre 55 nach Christus kommt es dann zu großen Differenzen und Spannungen zwischen Akrippina, der Mutter von Nero, und Nero. Und Akrippina drohte Nero auch damit, dass Britannicus doch eigentlich noch ganz legitime Ansprüche auf den Herrscherthron hätte. Und deswegen lässt Nero Britannicus vergiften, damit die Mutter auch dieses Druckmittel nicht mehr hatte. 59 nach Christus wird dann auch die Mutter selbst auf Geheiß von Nero ermordet. Burrus und Seneca, die engsten Berater von Nero, die waren in die Pläne mit einbezogen. Und Seneca stellte diese Tat als Akt der Notwehr vor dem Senat dar. Das Jahr 59 nach Christus markierte aber auch einen Wendepunkt in der politischen Karriere von Seneca. Denn mit der Ermordung der Mutter wurde Senecas Rolle doch deutlich geschwächt. Denn Seneca wurde gerne von Nero auch benutzt als Gegengewicht zur Mutter. Und dann ist es so, dass 59 nach Christus auch noch eine Hochzeit stattfindet, nämlich jene von Nero und Popeya Sabina, die davor die Mätresse von Nero gewesen ist. Und Popeya Sabina wird die zweite Ehefrau von Nero und versucht jetzt selbst große Teile der Macht an sich zu reißen. Und vor allen Dingen war sie eine Gegnerin von Seneca. Das heißt, die politische Situation für Seneca wurde doch im Jahre 59 nach Christus deutlich schwieriger. Und er hatte jetzt also mit Popeya Sabina eine starke Gegenspielerin gehabt. 62 nach Christus stirbt dann Burrus und Seneca bittet dann im selben Jahr aus dem Staatsdienst zurücktreten zu können. Und er bittet auch Nero, dass ein Großteil seines Vermögens, das er von Nero geschenkt bekommen hat, zurückgenommen werde. Allerdings verweigert ihm Nero diese Bitte. Zwischen 62 und 65 nach Christus arbeitet dann Seneca nach dem Rückzug aus der Politik an diversen philosophischen Werken. Ihr seht hier die Werke, die in dieser Zeit entstanden sind. Der Beneficiis über die Wohltaten, D'Otio über die Muße, die Epistulae Morales ad Lucilium, also die moralischen Briefe an Lucilius entstehen, und die Naturalis Quaistiones, also Fragen zur Natur, über das Wesen der Natur. Diese Werke entstehen in diesen Jahren und dann im Jahre 65 vor Christus kommt es zum Selbstmord von Seneca. Und zwar passiert folgendes, es gibt eine Verschwörung gegen Kaiser Nero. Das ist die sogenannte pisonische Verschwörung, die nach dem adligen Gaius Calpurnius Piso benannt ist, der maßgeblich der Kopf dieser Verschwörung war. Der Grund dafür, dass es zu dieser Verschwörung gekommen ist, ist, dass der Größenwahn von Kaiser Nero und die Verbrechen von Kaiser Nero doch auf heftigen Widerstand in einigen Teilen der Bevölkerung gestoßen sind, und Piso wollte dem ein Ende setzen, diesem Größenwahn, den Verbrechen des Kaisers, und deswegen sollte es einen Mordanschlag an Nero geben. Und kurz vor der Ausführung dieses Mordanschlages wird der Plan von Piso, wird diese pisonische Verschwörung verraten, und Nero bietet jetzt all jene Straffreiheit an, die bei Denunziationen tätig sind. Und im Zuge dieser Denunziationen fällt auch der Name Seneca. Seneca wird als Mitwisser genannt, und nun fordert Nero Seneca dazu auf, Selbstmord zu begehen, und diesem Befehl kommt dann Seneca nach. Er schneidet sich zunächst einmal die Pulsalern auf, er trinkt den Schirlingsbecher in Anlehnung an das, was mit Sokrates am Ende des Lebens von ihm passiert ist, und letztlich ist er dann im Dampfbad erstickt. Damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos zur Biografie von Lukius Anna Seneca angelangt. Zu guter Letzt noch eine kleine Anmerkung, unten in der Videobeschreibung, nämlich habe ich ein paar Links eingefügt zu Videos zu anderen römischen Autoren, also wer sich auch für das Leben von anderen römischen Autoren interessiert, der kann mal unten in die Videobeschreibung schauen. Das soll es zu diesem Video hier gewesen sein.